Willkommen bei Profi-Schnapp.de. Hier habe ich eine ganz besonders schöne, kleine und leichte Ecke für Sie. Und zwar das Modell W-Shellig 13083 als zweiteilige Ecke in einem Flachgewebeschakarstoff, hellgrau, meliert. Nun, was lässt sich sagen über diese Garnatur? Sie haben einen hervorragenden Sitzkomfort mit einem relativ kurzen Sitz, mittelfest gepolstert mit Federkern im Sitz, oben etwas weicher, genauso wie es sein soll. Sie haben hier eine sehr formschöne, schmale Armlehne. Dadurch können Sie natürlich auch super liegen hier. Übrigens auch in der Ecke, die Kissen habe ich dazu gelegt, damit man mal sieht, wie man auch so eine eher ruhige Farbe etwas aufpeppen kann. Sie haben eine ganz leichte optische Wirkung, weil die Gruppe komplett bodenfrei ist und somit auch sehr leicht aussieht. Übrigens, haben Sie schon gesehen, Sie sehen hier in der Ecke eben keinen Fuß. Und damit wirkt die Gruppe richtig ästhetisch, richtig designig. Also, wenn Sie eine Gruppe mit wenig Platzbedarf brauchen, Sie brauchen nämlich nur links 2,29 m und rechts 2,09 m, eine ästhetische Form wollen und gut sitzen, dann empfehle ich Ihnen dieses Schnäppchen zu einem Schnäppchenpreis, den ich fast selber nicht glauben kann. Schnappen Sie zu bei 130,83 m. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Dankeschön. Dankeschön.